ja begrüße euch zur nächsten programmvorschau heute am 26.06.2024 da ist jetzt der verdacht hier aufgekommen weswegen die staatsanwaltschaft ermittelt dass da einreisen illegal genehmigt worden sind darum geht es und um ein paar andere punkte wir wissen ja was mit konsequenzen oje wenn es danach ginge naja gut will jetzt nicht alle namen aufzählen wo nix passiert ist ja könnt ihr dann gern wieder schauen bei vk bit shoot odyssey rampe dreimal wird's getrailert bei youtube und dann vielleicht bis gleich macht's gut tschüss ja ihr lieben und worüber ich mich natürlich auch wahnsinnig freuen würde wäre wenn ja jemand gerne interviewt werden möchte wenn jemand gerne in meine sendung kommen möchte wenn jemand fragen an mich hat wenn jemand auch probleme hat ihr glaubt nicht lösen zu können oder auch tipps und tricks wie er das dann gelöst hat ist ja für uns alle auch dann dankbarer dankbarer weg wenn wir da was von aufnehmen können davon profitieren können ja huddel auch mit den ändern und 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 also herzlich eingeladen da bei mir auf zu trommeln entweder können wir das dann machen über skype oder über telefon je nachdem wäre eine möglichkeit also hier nochmal mein angebot an euch wäre bärenstark wenn sich da der eine oder andere melden würde herzliche einladung gewicht jetzt hier einfach nochmal raus ja über eine kaffeespende freue ich mich natürlich auch wahnsinnig wenn da jemand ein bisschen was übrig hat aber ist kein muss ist alles freiwillig und wie ihr wollt wie ihr denkt macht was ihr für richtig haltet aber ich finde halt immer sendungen wo ich ein gast drin habe weit weit toller weit effektiver als nur jetzt so des tages geschehen zu beleuchten findet ihr alles auf der homepage bei mir und die blende ich jetzt vielleicht auch nochmal ein genau das wäre sinnig und da findet ihr die kontaktdaten und dann vielleicht ergibt sich was ich habe das gefühl ich falle den leuten auf den wecker ich mache sie nervös und können sie mir vielleicht verraten warum dann dem dann was dann